Frauen im Roten Kreuz sind wichtig, bei unserer Lohnverrechnung gibt es mehr Frauen als wir Männer. Ich bin schon sehr lange da und diese Frage mit Gleichberechtigung stellt sich für uns gar nicht, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen und Männer Hand in Hand arbeiten. Weil die weibliche Sicht der Dinge gut tut. Frauenbauer im Roten Kreuz, alles Gute zum Weltfrauen da. Wenn es im Roten Kreuz mehr Mädels braucht. Mehr Frauen im Roten Kreuz, weil in der größten Hilfsorganisation der Welt helfen nicht Männer, sondern Menschensacke ist. Alles Gute zum Frauentag. Weil Frauen genauso viel Bauer haben. Oder noch mehr. Weil wir mehr starke und selbstbewusste Frauen im Roten Kreuz brauchen.